Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video und ich zeige euch heute einen neuen Trick mit einer Keule und ihr müsst dazu eigentlich auch nicht mit drei Keulen schenklieren können oder so. Ihr braucht einfach nur eine Keule und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht das so aus. Wie funktioniert das Ganze? Ihr nehmt die Keule, ungefähr so und dann nehmt ihr sie so leicht schräg hier und geht mit dem Arm einfach nach vorne. Also ihr nehmt die Keule, geht mit dem Arm, das schiebt dann ruckartig nach vorne sozusagen und löst dann hier die drei Finger. Somit wandert die Keule um den Daumen einmal herum. Zeigst euch nochmal, also nehmen, dann ruckartig nach vorne und die Finger lösen. Zeigst euch ganz herzlich meine Zeitlupe. Fragen zu dem Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Anregungen, Wünsche oder neue Videoideen zu Tricks, die ihr noch nicht könnt, die ich euch jetzt gerne soll oder was weiß ich. Einfach in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir eine gute Bewertung da, dann sehe ich auch welche Tricks euch wie gut gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.